Ich bin jetzt ein paar Mal gefragt worden, ob ich nicht auch Videos zum Thema Daten, Data Architecture, Data Management und damit verwandte Disziplinen machen könnte. Schließlich wollen ja Prozesskennzahlen oder Leistungsdaten auch irgendwie verwaltet werden und eine Optimierung der Datenströme ist oft ein großer Hebel für gewaltige Prozessverbesserungen. Also das Thema Daten passt eigentlich ganz gut auch zum Thema Lean Management und Prozessmanagement. Eine professionelle Digitalisierung eines Unternehmens ist ohne ein Grundverständnis zur Datenarchitektur nur schwer vorstellbar. Denn das Aneinanderreihen von IT-Tools und Apps ist keine wirkliche Digitalisierung. Jetzt ist es soweit. Hier ist ein Video zum Thema Data Architecture, das einen möglichst einfachen Einstieg in das Thema ermöglichen soll. Los geht's! Ich grüße Sie. Mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Starten wir mit einem zentralen Punkt. Was versteht man eigentlich unter Data Architecture? Data Architecture oder die Datenarchitektur beschreibt, wie Daten in einem Unternehmen organisiert, gespeichert, genutzt und verwaltet werden. Es ist also ein Rahmenwerk oder eine Struktur, die sicherstellt, dass Daten effektiv fließen, zugänglich sind und den Geschäftsanforderungen entsprechen. Man könnte es auch mit einem Gebäudedesign vergleichen. Bevor man das Haus baut, wird ein Architekt einen Plan erstellen, der festlegt, wo die Wände, die Fenster und die Türen sind. Und genauso wird in einem Unternehmen ein Plan für die Daten benötigt. Und genau das ist eben die Datenarchitektur. Und warum ist jetzt Data Architecture oder die Datenarchitektur so wichtig? Daten sind heute aus mehreren Gründen eines der wertvollsten Güter eines Unternehmens. Die zunehmende Digitalisierung und die Vernetzung haben den Wert von Daten enorm gesteigert. Weil das ist die Grundlage für nahezu alle Geschäftsentscheidungen, Prozesse und Strategien. Als Beispiel ermöglichen Daten den Verantwortlichen im Unternehmen fundierte Entscheidungen zu treffen. Anstatt nur auf Intuition oder vereintene Methoden zu vertrauen, können Unternehmen da wirklich datenbasierte Analysen eben verwenden, um klare Erkenntnisse zu gewinnen. Das verbessert die Treffsicherheit von Entscheidungen, sei es in der Produktentwicklung, im Marketing, in der Unternehmensstrategie. Und fließende Daten sind auch letztendlich die Grundlage für fließende Prozesse. Durch eine gute Datenarchitektur können Unternehmen sicherstellen, dass Daten leicht zugänglich sind, wenn sie eben benötigt werden. Die Qualität der Daten eben hoch bleibt, also keine veralteten oder falschen Daten da sind. Daten sicher gespeichert werden und geschützt werden vor allem. Das Thema Datenschutz ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und das Unternehmen kann also viel, viel effizienter arbeiten, indem Entscheidungen eben auf Basis guter Daten und deren Analyse getroffen werden. Dazu vielleicht Beispiele. Zur Wichtigkeit einer durchdachten Datenarchitektur ein paar Beispiele aus der Praxis, um das zu verdeutlichen. Werden zum Beispiel die Kundendaten in verschiedenen Systemen für den Verkauf, für das Marketing und die Buchhaltung gespeichert, kann sehr leicht vorkommen, dass Änderungen an diesen Kundendaten nicht überall gleichgezogen und synchronisiert werden. Stellen Sie sich einfach vor, Sie haben jetzt fünf verschiedene Excel-Tabellen, wo einfach Kundendaten drinstehen, wie Anschrift oder Formierung und Name von dem Kunden und Ähnliches. Und die Buchhaltung hat ihre eigene Excel-Liste und der Vertrieb hat eine eigene Excel-Liste und die Serviceleute haben eine eigene Excel-Liste und vielleicht im Marketing haben sie auch noch eine eigene Excel-Liste. Und gibt es jetzt zum Beispiel einen neuen Ansprechpartner oder ändert sich die Formierung von der Firma, dann wird eben eine von diesen Excel-Listen aktualisiert, aber eben nicht alle, weil eben jeder so seine eigene hat. Und durch diese verteilte Datenhaltung, die eben nicht gemanagt ist und die halt einfach nur gewachsen ist, kommt es dann eben zu Inkonsistenten, dass man nicht mehr genau weiß, welche von diesen Formierungen ist denn eigentlich die richtige? Ist es eine GmbH oder ist es eine GmbH und QKG oder was ist denn das eigentlich überhaupt? Es kann also ganz leicht passieren, dass in den unterschiedlichen Abteilungen Ihres Unternehmens mit unterschiedlichen Stammdaten gearbeitet wird. Und das führt dann im besten Fall eben, wie besprochen, nur zur Verwirrung. Im schlechtesten Fall kann es aber auch tatsächlich zur Zurückweisung zum Beispiel von Rechnungen führen. Und damit bekommen Sie einfach deutlich später Ihr Geld. Oder denken Sie an das Thema, das ist das wichtige Thema Zugriffsrechte und Datenschutz. Denn ohne eine vernünftige Datenarchitektur kann man das kaum sicherstellen. Oder wie wollen Sie eigentlich garantieren, wer Zugriff hat, wenn Sie alle Daten in hunderten von Excel-Tabellen irgendwo verstreut auf Ihrem Netzwerkspeicher oder auf SharePoint rumliegen haben? Das ist eigentlich nicht so ganz klar, wer aus Ihrem Unternehmen eigentlich auf was zugreifen darf. Und jetzt denken Sie doch mal an wirklich sensible Daten, wie Gesundheitsdaten von Patienten zum Beispiel oder Finanzdaten von Ihren Mandanten. Da stellen Sie einem bei der Vorstellung, dass alle Mitarbeiter eines Unternehmens auf alles gleichermaßen zugreifen können, also bei einer schlampigen Datenarchitektur ziemlich schnell die Nackenhaare auf. Also wenn ich als Kunde wäre, würde ich mir genau überlegen, ob ich das jetzt möchte oder ob ich das nicht möchte. Und auch bei weniger sensiblen Daten macht eine durchdachte Datenarchitektur wirklich Sinn. Jetzt wieder als Beispiel ein Unternehmen aus dem Bereich Heizung, Sanitär und Klimabau, also der klassische HSK-Handwerker, kombiniert seine Informationen über die verbauten Heizungen von seinen Kunden mit den Wartungszyklen und den Adressen der Kunden für eine optimale Routenplanung seiner Wartungs- und Servicemitarbeiter. Und so kann er auch mit sich anschauen, für welche Tour muss ich eigentlich welche Ersatzteile üblicherweise im Auto mithaben, weil die typischerweise eben ausfallen. Sie sehen also, eine Beschäftigung mit der Datenarchitektur macht in so gut wie jedem Unternehmen wirklich Sinn. Und in der Datenarchitektur spielen im Wesentlichen fünf Hauptthemen, diese Hauptkomponenten, also eine zentrale Rolle. Erstens mal die Datenquellen selber, zweitens mal die Datenintegration, drittens die Datenspeicherung, viertens die Datenverarbeitung und fünftens der Datenzugriff. Und auf diese fünf Hauptkomponenten gehe ich jetzt mal ein kleines bisschen detaillierter ein. Datenquellen sind also der Ausgangspunkt einer jeden Datenarchitektur. Sie umfassen alle Orte, an denen Daten im Unternehmen erzeugt oder gesammelt werden. In kleinen und mittleren Unternehmen gibt es dafür ganz viele oder mehrere Datenquellen, die aus verschiedenen Abteilungen oder Systemen stammen. Beispiele für solche Datenquellen in kleinen und mittleren Unternehmen sind zum Beispiel CRM-Systeme, also Customer Relationship Management Systeme, wo Sie Ihre Kundendaten drin haben. Und so ein CRM-System sammelt zum Beispiel Daten über die Kundeninteraktionen, also welcher Vertriebsmitarbeiter hat mit wem gerade wie telefoniert, was ist da besprochen worden und ähnliches. Verkäufe und Marketingkampagnen sind da meistens drin abgespeichert und ähnliches. Und beispielsweise verwendet ein kleiner Händler, so wie es ein CRM-System ist, wie HubSpot oder Pipedrive oder Salesforce oder wie sie alle auch heißen mögen, um eben Informationen über seine Kunden zu speichern, einschließlich eben der Kaufhistorie und den Präferenzen der Kunden. Dann gibt es die klassischen ERP-Systeme, Enterprise Resource Planning Systeme. Das ist zum Beispiel Business One von SAP oder Microsoft Dynamics, was man eben nutzt, um tatsächlich sein Hauptgeschäft abzuwickeln. Also die Aufträge, die wir bekommen haben, irgendwie abzuwickeln, inklusive auch der Mitarbeiterstammdaten, die da sind, und eben auch der Buchhaltung und dem ganzen Zahlungsverkehr. Das erfasst also auch eben Daten über Lagerbestände zum Beispiel, Bestellungen und Lieferketten. Und so ein KMU im Fertigungsbereich könnte zum Beispiel dieses ERP nutzen, um Lagerbestände in Echtzeit zu überwachen und Bestellungen entsprechend zu steuern. Dann gibt es E-Commerce-Plattformen, also alles, was so mit Online-Shops zu tun hat. Das ist eben für Unternehmen, die online verkaufen, eben auch eine ganz wichtige Datenquelle, wo eben Verkaufsdaten drin sind, Kundendaten, Bestellhistorien und Ähnliches. Dann gibt es natürlich auch noch, leider zu viel aus meinen Augen, Excel-Tabellen und manuelle Eingaben, wo eben ganz viele Listen eben noch irgendwo abgespeichert werden, wo Geschäftsdaten manuell verwaltet werden. Das sind eben oft irgendwelche Buchhaltungslisten oder Personalwesen oder Ähnliches. Denken Sie nur an viele Stundenzettel zum Beispiel, die irgendwo gespeichert werden in Excel-Form. Die Herausforderung bei dem ganzen Thema ist tatsächlich, dass KMUs ja irgendwie sicherstellen müssen, dass sie alle relevanten Datenquellen wirklich identifizieren und dass damit auch irgendwie miteinander verbunden werden. Denn nur wenn die Datenströme miteinander verbunden werden und es da nicht zu irgendwelchen Inkonsistenzen kommen kann, dann haben sie diesen Datenschatz wirklich auch gehoben. Und das kann eben starten mit einer Inventarisierung der IT-Systeme als allererster Schritt. Zweiter großer Hauptpunkt war das Thema Datenintegration. Also die Datenintegration bedeutet, dass Daten aus verschiedenen Quellen zusammengeführt und zentralisiert werden. Und für KMUs ist es eben ganz besonders wichtig, da sie eben oft mehrere separate Systeme verwenden, die von verschiedenen externen Dienstleistern teilweise auch noch betreut werden. Ich habe gerade einige aufgezählt, die sind im ersten Schritt mit den Datenquellen. Das sind also die verschiedenen verteilten Systeme und die sind eben oft auch noch nicht in Betreuung von einem externen Systemhaus, sondern möglicherweise noch von mehreren. Und eine erfolgreiche Integration sorgt eben dafür, dass alle diese Systeme reibungslos zusammenarbeiten. Auch da vielleicht wieder Praxisbeispiele, wie so Datenintegration in KMUs eben aussehen kann. Die Integration zum Beispiel von Auftragssystemen und Buchhaltungssystemen. Ein kleiner Dienstleister könnte Daten aus seinem CRM und seinem Abrechnungssystem mit seinem Buchhaltungssystem integrieren und koppeln, um sicherzustellen, dass Rechnungen automatisch erstellt werden, sobald ein Verkauf abgeschlossen ist und dann diese Rechnungsbelege eben ohne, dass man das händisch machen muss, dann automatisiert an die Buchhaltung übergeben werden, dort erkannt werden und die Buchungssätze entsprechend vorbereitet werden. Oder die Integration von E-Commerce und E-EP-Systemen. Also ein KMU zum Beispiel, was online verkauft, also auch physische Produkte online verkauft, könnte eben sein E-EP-Kurssystem mit dem E-Commerce-System miteinander verbinden, um Bestände eben in Echtzeit aktualisieren und auch sicherzustellen, dass der Lagerbestand sowohl für die Online-Käufer als auch für die stationären Kunden eben wirklich korrekt ist. Auch da wieder die Herausforderung, dass es eben oft nur begrenzte IT-Kapazitäten gibt. Gerade in kleinen Unternehmen gibt es eben wenige IT-Spezialisten im Haus und oft wird es nach extern ja vergeben. Und das macht es dann teilweise eben schwierig, diese Integration auch wirklich selber durchzuführen. Hinzu kommen eben auch dann bei externen IT-Dienstleistern eben ins Spiel, die Mittelwehrlösungen anbieten, um diese Datenquellen eben zu integrieren. Es ist eben wichtig, dass der Dienstleister sicherstellt, dass die Datenintegration wirklich robust und flexibel genug ist, um auch mit dem Wachstum des Unternehmens mitzuhalten. Dritter großer Punkt, Datenspeicherung. Die Datenspeicherung umfasst die physische oder die cloudbasierte Infrastruktur, in der die Unternehmensdaten abgespeichert werden. Genau, einfach halt gespeichert werden. Und KMUs müssen eben auch da eine Lösung wählen, die kosteneffizient ist, aber auch die Sicherheit und die Skalierbarkeit eben entsprechend bietet. Insbesondere, wenn sie eben nicht über eigene Rechenzentren oder umfangreiche IT-Infrastrukturen verfügen. Beispiele eben für solche Datenspeicherungsoptionen sind dann eben Cloud-Lösungen, dass man eben wie Microsoft SharePoint, Amazon Web Services, Microsoft Azure oder eben die Google Cloud nutzt, um die Daten dort zu speichern. Und Cloud-Speicher hat eben den Vorteil, dass das skalierbar ist, sodass eben Unternehmen je nach Bedarf mehr Speicherplatz hinzufügen können, ohne dass sie selbst in teure Hardware investieren müssen. Natürlich muss man dann auch immer beachten, wo werden die Daten gespeichert? Jetzt sind die in Rechenzentren innerhalb der EU zum Beispiel oder noch besser innerhalb von Deutschland, damit man eben da keine Schwierigkeiten bekommt. Es gibt natürlich auch lokale Lösungen mit Netzwerkspeicher, sogenannte NAS. Das sind also diese Network Attached Storage. Das sind also mehrere Festplatten quasi in so einem, ja oft schauen es aus wie ein Würfel, oder manchmal auch eben als Rack in so einem großen Schrank drin, wo man eben entsprechend dann seine Daten in lokalen Unternehmen speichert. Hat den Vorteil, man ist der wirkliche Herrscher über seine Daten, hat aber den Nachteil, dass man sich eben selbst auch um Backups, also Sicherungskopien und Ähnliches, selber mit kümmern muss. KMUs müssen also darauf achten, dass die Datenspeicherlösungen wirklich sicher und kosteneffizient sind und vor allem spielen da auch wieder externe Dienstleister eine Rolle. Skalierbarkeit muss sichergestellt werden, dass man es eben auch leicht erweitern kann und dass man eben auch bei einem steigenden Datenvolumen problemlos zusätzlichen Speiseplatz mit nutzen kann. Vor allem müssen auch Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um eben Datenschutzverletzungen auszuschließen. Sind wir beim vierten Punkt, die Datenverarbeitung. Die Datenverarbeitung umfasst alle Aktivitäten, die zur Umwandlung von Rohdaten in nutzbare Informationen führen. Also für KMUs bedeutet es eben, dass sie über die notwendigen Systeme verfügen müssen, um Daten zu analysieren und Berichte zu erstellen, die für Entscheidungsprozesse verwendet werden. Da auch wieder Praxisbeispiele, wie kann es uns ausschauen, eine automatisierte Berichtserstellung zum Beispiel, man kann es mit externen Tools oder IT-Diensttestern verwenden, um regelmäßige Geschäftsberichte automatisch zu generieren, ohne dass jetzt irgendjemand da sitzt und dann irgendwie mit dem Taschenrechner Zahlen addiert und das Ganze in PowerPoint irgendwie darstellt oder sowas. Das kann man also alles entsprechend automatisieren. Und ein kleines Unternehmen könnte beispielsweise Werkzeuge wie Power BI von Microsoft oder Tableau verwenden, um eben solche Verkaufsberichte aus seinem CRM- und ERP-System zu erstellen und damit immer den Überblick zu haben, in einer grafisch ansprechenden Art und Weise, wo steht denn eigentlich gerade das Unternehmen. Echtzeitanalysen, gerade hier im E-Commerce-Bereich, können eben auch Datenverhandlungssysteme nutzen, um eben Echtzeit zu analysieren, welche Produkte eben am besten verkauft werden und Lagerbestände und Marketingkampagnen entsprechend anzupassen. Auch das Thema Datenbereinigung und Datenvalidierung gehört man zur Datenverarbeitung. Gerade da muss man halt aufgrund von meistens begrenzten internen IT-Ressourcen schauen, wie wir damit umgehen. Also Schwierigkeiten ist eben da oft, dass die Daten eben nicht sauber gepflegt, sondern aktuell sind und da können auch externe Dienstleister dabei helfen, indem sie automatisierte Prozesse zur Datenbereinigung und Validierung einrichten. Zum Beispiel gibt es große Adressdatenbanken, wo man eben postalische Adressen tatsächlich eben nicht mehr eingibt, sondern die validieren lässt eben durch externe Werkzeuge. Der fünfte Punkt ist das Thema Datenzugriff. Datenzugriff bedeutet, dass die richtigen Personen innerhalb eines Unternehmens jederzeit auf die relevanten Daten zugreifen können. Und da ist eben gerade in kleinen und mittleren Unternehmen wichtig, den Zugang zu den Daten eben einfach, sicher und bedarfsgerecht zu organisieren. Also oft sind es ja verschiedene Mitarbeiter aus verschiedenen Bereichen, die auf verschiedene Daten zugreifen müssen. Also da muss man eben auch wieder schauen, was heißt das jetzt nicht, darf jetzt wirklich jeder Mitarbeiter, der Zugang zu einem Laptop hat, zu einem Tablett hat oder zu einem Desktop-Rechner hat, darf der auf sämtliche Daten eigentlich zugreifen, die es im Unternehmen so gibt. Auf die Finanzdaten, auf die Kundendaten, auf Mitarbeiter- und Personaldaten natürlich nicht. Sondern es muss auch entsprechend organisiert werden, dass nur ein berechtigter Kreis von Mitarbeitern auf bestimmte Datensätze zugreifen darf. Dann gibt es auch noch das Thema Self-Service BI-Tools. Also was ist das letztendlich wieder? Es muss man schauen eben, dass Mitarbeiter, die Anforderungen haben an Berichte, an Analysen, das möglichst vielleicht auch selbst machen können, ohne dass man dafür einen IT-Dienstleister beauftragen muss oder irgendjemand aus dem eigenen Haus als IT-Spezialist irgendwelche Berichte erstellen muss. Das kann man eben gut machen mit solchen Power BI, zum Beispiel von Microsoft. Das sind Darstellungswerkzeuge, die relativ leicht zu bedienen sind, ohne dass man da erst einen Programmcode schreiben muss oder sowas. Das kann man sich zusammenklicken, wenn man Zugang auf die jeweilige Datenbasis hat. Heißt natürlich auch, die Datenbasis muss vorher geschaffen sein, wo beim Thema wieder Datenquellen und Datenspeicherung sind. Herausforderung, KMUs benötigen einfache, benutzerfreundliche Lösungen für den Datenzugriff, da eben nicht alle Mitarbeiter über technisches Fachwissen verfügen und externe IT-Dienstleister müssen sicherstellen, dass die Zugriffsschnittstellen benutzerfreundlich sind und gleichzeitig die Sicherheitsanforderungen des Unternehmens erfüllen werden. Was braucht man jetzt, um eine erfolgreiche Datenarchitektur in seinem Unternehmen zu etablieren? Dazu gibt es verschiedene Hauptdisziplinen, die dafür erforderlich sind. Und diese Disziplinen arbeiten eben zusammen, um sicherzustellen, dass Daten eben effektiv organisiert, verarbeitet und genutzt werden können. Denn jede Disziplin spielt dabei eine spezifische Rolle und trägt eben als Zahnrad zu dem großen Getriebe zum Gesamterfolg einfach mit bei. Und die wichtigsten Disziplinen, die man eben dafür braucht, sind die Datenmodellierung, die Datenintegration, Data Governance, Datenqualität, Datensicherheit, Master Data Management, Datenanalyse und Business Intelligence, die Datenarchitekturmanagement und Design, Metadatenmanagement und das Cloud- und Infrastrukturmanagement. Dazu werde ich natürlich in den nächsten Videos noch ganz vertieft eingehen, auf die verschiedenen Disziplinen und das ganze Thema Daten, Datenarchitektur, Datengovernance noch deutlich weiter ausbauen. Deswegen abonnieren Sie jetzt gleich den Kanal und verpassen Sie diese Videos alle nicht. Wie sehen Sie das jetzt? Ist Datenmanagement bei Ihnen im Unternehmen ein Thema, das aktiv angegangen wird oder hat es eher ein stiefmünderliches Dasein, das man ja mal machen kann, wenn sonst nichts zu tun ist? Also eigentlich nie. Wie wichtig sehen Sie dieses Thema? Wie sehr treibt Sie das? Schreiben Sie mir dazu gerne Ihre Meinung in die Kommentare rein. In diesem Sinne bedanke ich mich herzlich für Ihre Zeit und wir sehen uns im nächsten Video. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.